Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo liebe Odyssey-Gemeinde, herzlich willkommen zu einer weiteren kurzen Wortmeldung zum Donnerstag. Mein Kollege Martin Mutscharski nimmt gerade in diesem Moment das Dachtekenduett mit André Lichtschlag auf, welches ich natürlich wie jede Woche unter diesem Video verlinken werde. Ja, Themen heute sind Karl Lauterbach, Energiekrise und unsere tollen Zwangsregistrierungen, die unsere Auszubildenden und Studenten gerade mitmachen dürfen für eine E-ID, aber dazu später mehr. Ja, Lauterbach hat sich mal wieder gemeldet, denn ihm ist mal wieder etwas ein Dorn im Auge und zwar seine eigenen Untergebenen, will man sagen. Karl Lauterbach ist ja bekanntermaßen Gesundheitsminister und demnach auch für Gesundheit und Pflege zuständig. Ja, und da ereignet sich momentan etwas, ja auch mir etwas Unerwartetes, denn Zeitarbeitsfirmen in der Pflege und so weiter locken teilweise mit deutlich höherer Bezahlung. Dadurch wechseln immer mehr bisher festangestellte Pflegekräfte in ein Leiharbeitsverhältnis, wodurch der Personalmangel weiter verschärft wird. So titelt die Welt. Und ja gut, ob der Personalmangel damit weiter verschärft wird, ist eine andere Frage, wenn die einfach nur in ein anderes Arbeitsverhältnis wechseln. Jetzt geht es ja halt um Festangestellte. Ja, aber wie gesagt, also diese Leute, diese Menschen in der Pflege, die wechseln freiwillig in die Zeitarbeit, weil sie besser bezahlt werden. Ja, und wie gesagt, das ist Karl Lauterbach ein echter Dorn im Auge. Er will künftig wirtschaftliche Anreize für das Verleihen von Pflege- und Betreuungspersonal auf Kosten der Solidargemeinschaft bzw. der Pflegebedürftigen und ihrer Familien verhindern. Ja, also im Prinzip, die Pflegekräfte haben einen Weg gefunden, besser bezahlt zu werden im praktisch gleichen Job. Und ja, das soll verhindert werden. Also man könnte fast sagen, der Herr Lauterbach hat irgendwie was gegen seine eigenen Leute, die er da in Lohn und Brot halten soll. Ja, und ja, sein Mittel wird dann künftig wohl sein, zukünftig den Pflegeeinrichtungen zu verbieten, die Mehrkosten für Personal, das über Zeitarbeitsfirmen kommt, ja praktisch zu entlohnen. Denn er möchte quasi eine Obergrenze haben, eine Preis-Obergrenze. Also wir reden ja normalerweise hier vom Mindestlohn und so weiter. Ja, und jetzt haben wir im Prinzip einen Maximallohn. Ja, also er fordert, dass diese Mehrkosten für die Leiharbeiter nicht mehr den Pflegekassen in Rechnung gestellt werden dürfen. Ja, also wie gesagt, als Obergrenze will er die aktuell geltenden Tariflöhne haben. Ja, und auch Vermittlungsgebühren für Zeitarbeitsfirmen soll es auch demnächst nicht mehr geben. Also, was heißt nicht mehr geben? Er will sie nicht verbieten. Er will einfach nur, dass sie nicht mehr umgelegt werden können. Also, de facto will er quasi Zeitarbeit abschaffen. Also alle, die jetzt in ein Zeitarbeitsverhältnis gegangen sind, weil sie sich da bessere wirtschaftliche Chancen versprechen, ja, die werden jetzt demnächst vermutlich dann, weil sie ja, weil ihre Leiharbeitsfirma das nicht mehr voll abrechnen kann, vermutlich dann doch schlechter bezahlt. Ja, also um sie dann wieder in diese Tarifarbeit zu kriegen. Also das ist sagenhaft. Also ein Herr Lauterbach, der in der SPD ist, die sich angeblich für die Arbeiter einsetzt, ja, also man würde ja erwarten, dass er Lohnerhöhungen in den Tarifen fordert, ja, Tariflohnerhöhungen, ja, nein, das Gegenteil ist der Fall. Also er will jetzt nicht die Tariflöhner quasi gleichstellen mit den Zeitarbeitsfirmenangestellten, sondern er will im Prinzip de facto Zeitarbeit verbieten in diesem Bereich, weil, ja, wenn die Kosten halt nicht mehr abgerechnet werden dürfen, ja, dann wird auch niemand mehr Zeitarbeiter einstellen. Also, ja, das ist schon eine wilde Sache. Also, aber gut, Gesundheitswesen brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es ist allgemein eine wilde Sache, staatlich durchreguliert ohne Ende. Und, ja, es soll dann jetzt wohl doch noch etwas mehr durchreguliert werden. Also wir laufen darauf hinaus, dass, ja, praktisch uns Politiker vorschreiben, wie hoch unser Lohn zu sein darf. Ja, also erstmal schreibt er den Unternehmen vor, wie viel müssen sie bezahlen mindestens, ja, Mindestlohn. Dann schreibt er den Arbeitnehmern vor, ja, ihr dürft aber auch nicht mehr verlangen. Also, wir haben im Prinzip eine Preisdiktatur im Gesundheitswesen. Also das ist, die haben wir sowieso, ja, aber es verschärft sich jetzt noch, ja. Ja, Energiekrise haben wir auch noch als Thema. Energiekrise ist viel günstiger als gedacht, so titelt auch die Welt. Und, ja, von diesen 83 Milliarden Euro, beziehungsweise es gab ja diesen 200 Milliarden Euro Wumms, diesen Doppelwumms, ja. Und da waren auch, ja, praktisch für die Gas- und Strompreisbremse 83 Milliarden Euro veranschlagt quasi, die dafür eingesetzt werden sollen. Ja, und wie das manchmal so ist, auch in erhitzten Märkten gibt es ab und zu mal Erholungsphasen oder wenn, man sieht das gerne an der Börse, wenn die Kurse etwas überschießen, ja, dann kommen sie irgendwann mal wieder auf ein geringeres Niveau runter. Und genauso war das jetzt auch im Prinzip bei den Gas- und Strompreisen. Und, ja, dadurch wird, ja, weniger als die Hälfte, wie man jetzt in der Welt berichtet, weniger als die Hälfte benötigt. 30 Milliarden Euro sind bisher veranschlagt von der Bundesregierung für diese Gas- und Strompreisbremse. Und die weiteren, ja, 50 bis 53 Milliarden, die da noch übrig sind, sind bisher noch unangetastet. So, und da überlegt man sich als Politiker natürlich, wenn man hier schon mal einen Haufen Geld liegen hat, ja, wie geben wir den jetzt aus? Ja, sparen ist keine Option, ja, einfach, dass das Geld der Steuerzahler einfach, ja, ihnen zurückgeben oder wenigstens zurücklegen, damit man die nächste Steuererhöhung etwas verschieben könnte, ist nicht. Man muss dieses Geld sofort ausgeben. Wenn Geld da ist, gebe ich es aus. So ist, ja, praktisch das Verhalten der Politiker. Und, ja, wie gesagt, 50 Milliarden Differenz, ja, da schreitet man sich natürlich jetzt drum. Was man dazu sagen muss, dass es zweckgebunden sein soll, was da noch ausgegeben wird, also auch in Richtung Strompreise, Gaspreise, Energiepreise, wie man das jetzt einsetzen kann, um die günstig zu halten. Wie gesagt, also, ich will nicht sagen, der Markt hat geregelt, aber die Preise sind schon runtergekommen, ein ganzes Stück. Und für viele wird es vermutlich gar nicht mehr notwendig sein, auf diese Rücklagen zurückzugreifen. Aber, wie gesagt, das sehen Politiker anders. Wenn Geld da ist, muss es ausgegeben werden. Und die Einzigen, die sich da so ein bisschen gegenstellen, ist die FDP. Und da hat der Haushaltspolitiker Carsten Klein, also von der FDP, hat dazu gesagt, Zitat, es gibt keine Pflicht, die 200 Milliarden Euro tatsächlich auszugeben. Ja, also scheinbar einer der wenigen Vernünftigen. Und, ja, das sehen die anderen Politiker halt anders. Also, klar, sie denken nicht, dass es eine Pflicht ist, aber, ja, wenn das Geld da ist, dann gehen wir es halt aus. Was sollen wir schon sparen? Warum sollen wir die Steuerzahler entlasten? Die Steuerzahler sind eh die Melkür dieser Regierung und aller vorherigen Regierungen natürlich auch. Und, ja, da kann man mal raushauen. Ja, dann gab es noch, weiter zu dieser Energiekrise, gab es ja auch für Studenten und, ich glaube, Auszubildende, Auszubildende waren es auch, genau, ja, einen Zuschuss von 200 Euro. Also, so eine Einmalzahlung. Und dazu hat ja die Bundesregierung eine Webseite eingerichtet, Einmalzahlung200.de. So, diese Webseite ist wie alles Staatliche erstmal kläglich gescheitert. Ja, also, die Studenten und Auszubildenden kamen nicht auf die Seite, konnten keine Anträge einreichen, eine Pipa-Posy, war klar, ja, also, ich glaube, es wurde sogar ein digitaler Warteraum eingeführt. Also, das ist Digitalisierung in Deutschland, ja. Also, wir nehmen das Schlechteste aus den deutschen Behörden und packen es ins Internet. Wir schaffen digitale Warteräume, ja. Ist eigentlich auch nur ein anderes Wort für, wir haben nicht genug Serverkapazitäten gekauft. Aber, ja, gut, wer in der Bundesregierung ist, der hat noch nie was von Cloud gehört. Und dass man da Rechenleistung buchen kann über einen gewissen Zeitraum und danach dann quasi in ein kleineres Paket wechseln kann, das ist denen noch nicht untergekommen. Also, ja, da schafft man dann lieber digital Warteräume. Aber das ist ja, ist ein anderes Thema. Jedenfalls haben sie damit auch quasi diese Anmeldung zu dieser Bund-ID forciert, mehr oder weniger. Also, man braucht als Student oder Auszubildender, um diese 200 Euro zu bekommen, eine Bund-ID oder eine, ich glaube, es hieß Elster, ja, also im Prinzip über diese elektronische Steuererklärung, so eine Elster-Nummer braucht man dann quasi. So, und, ja, sie freuen sich natürlich jetzt, denn ihre tolle Bund-ID, was auch immer das führen soll, ja, Social Credit System und so, da glüht bei mir direkt der Aluhut, wenn sämtliche Menschen in Deutschland irgendwie eine komische digitale ID bekommen sollen. Ja, auf jeden Fall freuen sie sich. 1,3 Millionen neue digitale Bürgerkonten sind seit Februar angelegt worden. Ja, da schreiben sie sich natürlich jetzt einen Riesenerfolg auf die Fahne, denn, ja, ohne die Nötigung zu dieser Geschichte wäre es ja gar nicht dazu gekommen. Ja, also, naja, aber im Prinzip kann man auch sagen, so mit Geld verteilen, wenn der Staat Geld verteilt, das macht er nicht umsonst. Ja, er will irgendwas von Ihnen, ja, wie immer alle schreien bei Facebook, oh, meine Daten, meine Daten, meine Daten, die sie natürlich selber da eingeben. Ja, bei der Regierung oder beim Bund ist das völlig egal, ja. Sie zahlen quasi als Auszubildender oder Student ihre 200 Euro mit ihren Daten, ja. Also, fairer Tausch, würde ich mal fast sagen, ja. Und die Zukunft für die digitale ID deutschlandweit, ich meine, wenn jetzt schon 1,3 Millionen dabei sind, da können wir es ja auch für alle irgendwann zur Pflicht machen. Ja, und dann mit einem Social-Credit-System eventuell einführen oder zumindest schon mal den Bürger ein bisschen transparenter zu machen, weil Transparenz ist wichtig in der Politik, nicht für Politiker, für die Bürger natürlich. Ja, aber wie gesagt, Chairs beiseite. Ja, das soll es für mich schon gewesen sein. Das fand ich eigentlich, die wildeste Meldung war wirklich die von Karl Lauterbach. Also, wie kann man sich so gegen die eigenen Leute wenden? Ja, also gegen die Leute, um die man sich kümmern muss. Das ist einfach die Härte. Ja, und vielmehr habe ich da, glaube ich, nicht mehr zu zu sagen. Mal schauen, ob dieser Gesetzentwurf oder seine Idee durchkommt. Ich hoffe eher nicht dran, aber, ja. Ja, meine Hoffnung widerspricht meistens dem, was in der Politik dann tatsächlich passiert. Ja, und hiermit möchte ich Sie dann auf unsere frisch erschienene Ausgabe eigentümlich frei hinweisen. Und zwar geht es in dieser Ausgabe um das Schwerpunktthema Leben in Amerika. André Lichtschlag selbst hat einen Artikel verfasst und Lukas Abelmann unter anderem. Ja, und diese erwarten Sie dann zusätzlich zu den üblichen Kolumnen des bürgerlichen Anarchismus von David Dürr. Das hört sich jetzt wild an, bürgerlicher Anarchismus. Aber es ist eine sehr lesenswerte Kolumne. Ja, und wer sich für Film, Fernsehen, Serien und so weiter interessiert, findet auch von André Lichtschlag zum Beispiel die monatliche Kolumne. Wer gerne Bier trinkt oder gerne gute Schnäpse zu sich nimmt, für den gibt es auch Beiträge in dieser Zeitschrift. Von Kunst, Kultur bis Berichten über das Leben aus Amerika ist praktisch alles dabei. Und ja, wie gesagt, unser Heft gibt es als Einzelausgabe, auch digital, als Schnupperangebot und auch im Jahresabonnement. Das würde uns sehr freuen, wenn Sie sich da mal zu durchringen, eventuell mal eine Ausgabe zu bestellen und zu schauen, ob Ihnen das zusagt. Ja, ich denke, als Abonnent dieses Kanals werden Sie die Themen sicherlich interessieren. Ja, dann bedanke ich mich für heute und wünsche Ihnen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Morgen ist der Martin Muscharski wieder da und wird Sie hier beglücken. Ja, und dieser möchte der größte und beste Schlagerstar dieses Universums werden. Und deswegen verlinke ich Ihnen nochmal hier und hier die Videos. Steuern sind Raub und ich liebe CO2 und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.